Hallo Finn, wo arbeitest du? Bei der Firma Hovaterm. Und was sind so deine täglichen Arbeiten? Im Moment arbeite ich an der Stanze und entgrade größtenteils dann auch noch die Teile. Wen hättest du lieber als Chef, Dwayne Rock Johnson oder Christiano Rundheim? Dwayne Rock Johnson. Auf der Arbeit bist du bekannt als? Gibt es einen Spitzen? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Direkt aufstehen oder lieber snoozen? Lieber snoozen. Wie sieht dann dein Feierabend für mich aus? Meistens durch den Standort mit Freunden und bin irgendwo unterwegs. In der Natur? Eher weniger. Wie heißen die Einwohner von Birkenfeld? Birkenfelder. Dein Lieblingsessen oder Wirklichkeit hier? Mein Lieblingsessen sind Tortellini mit Schinkensahnesauce. Aber Lieblingsörtlichkeit habe ich keine. Warum heißt es eigentlich Birkenfeld und nicht Birkenwald? Weil die Birken weg sind. Sag uns doch bitte mal zum Schluss dein liebstes plattdeutsches Wort oder Satz im Dialekt. Der Krummbierwurscht. Gut, Dankeschön, das war's. Und du gibt es One Piece. Das war's. Und du kannst nicht hier. Nein, das war's. Bis zum nächsten Mal.